Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Electric Dave. Wie es sicherlich einige von euch schon mitbekommen haben, werde ich am E-Cannonball 2021 starten. Ja, und zwar in genau dieser Kluft in der Kategorie elektrische Motorräder. Ja, ich werde mit dieser Harley-Davidson Livewire am E-Cannonball 2021 starten und bin mega gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Und deswegen bin ich jetzt gerade hier am Trainieren, am Prüfen, welche Strategie ist die beste, welche Ladetaktik und Fahrgeschwindigkeit, das finde ich gerade heraus. Aber ich bin nicht der Einzige, der hier gerade am Trainieren ist. Hi, einige von euch werden mich vielleicht schon aus einem früheren Video kennen. Ich bin Lea und auch ich werde am E-Cannonball starten. Und zwar mit meinem Team Silent Panda und meinem Elektromotorrad, der Zero SR. Ja, ich bin mega gespannt, wie es wird. Ich freue mich riesig und auch euch werde ich mitnehmen. Und wie ich das anstellen werde, werdet ihr noch in einem weiteren Video erfahren. Ist das nicht cool? Da sind jetzt zwei Teams, die beim E-Cannonball 2021 teilnehmen, gerade hier am Trainieren, an den Ladesäulen unterwegs. Und ja, es wird noch spannend. In weiteren Videos werde ich noch mehr Informationen zu diesem Motorrad, zu der Davidson LifeWire, euch mitteilen. Und ihr werdet auch noch einiges über Lea erfahren und ihr Motorrad. Bis dahin sage ich erstmal, ciao, euer Electric Dave und Lea, macht's gut!